Wir spielen unser Spiel Entfernungen raten und heute von Sylt nach Oberstdorf vom nördlichsten zum südlichsten Punkt Deutschlands. Du meinst jetzt, der ist Deutschland auch, oder? Genau, Sylt. Sylt ist aber hier, guck mal, da so, ja. Ja, das ist ja auch nur Pima Daumen, weißt du so. Was ist denn da jetzt? Das ist eine Schatzkarte. Okay, guck bitte bei dir. Ich hab ja schon meine Zahl. Wo fährst du hier, nach Kroatien, oder? Hat er tausend Kilometer aufgeschrieben? Hab ich gar nicht aufgeschrieben. Wir reden von Luftlinie, hallo? Okay. Warte erstmal aufs Ergebnis, aber bevor du hier so lachst. Stille Hygiene. Ja, das könnte auch stimmen. Okay, ich hab eine Zahl, 984 Kilometer. 702 Kilometer. Richtige Antwort, 856 Kilometer. Jetzt muss ich auch noch rechnen. Ja, du hast gewonnen. 44, ja, ich hab auf jeden Fall gewonnen. Oder? Was sagst du? Ich hab aber knapp gewonnen. Knapp, ne? Knapp gewonnen. Gut, wir lagen beide irgendwo richtig. Wir haben beide recht, komm. Komm, komm. Team Lieblingsmakler macht das Plus weg.